Hallo, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Christine und heute zeige ich dir, wie man schnell und einfach eine Creme Karamell mit Earl Grey Aromen zubereitet. Viel Spaß! Die Zutaten findest du in der Infobox. Um das Karamell herzustellen, koche ich den Zucker zusammen mit dem Zitronensaft, bis er freundlich wird. Das Karamell gebe ich nun in die Förmchen. Nun erhitze ich die Milch und den Earl Grey. Ich lasse den Mix aufkochen und dann etwas ziehen. In eine Schüssel gebe ich den Zucker, die Eier und das Eigelb. Ich vermische alles miteinander und gebe dann die aromatisierte Milch durch ein Sieb hinzu. Wenn alles gut vermischt ist, gebe ich die Milch in die Förmchen. Ich koche meine Creme Karamell im Dampfgarer. Du kannst sie aber auch im Ofen im heißen Wasserbad bei 160 Grad garen. Nach etwa 30 Minuten ist die Creme fest und kommt mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Nun kann sie auf einen Teller gestürzt werden. Mh, das war wirklich lecker. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann like es doch. Und damit du keine Videos mehr verpasst, solltest du dich unbedingt abonnieren. Ansonsten schau auch meine letzten beiden Videos an. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017